Guten Morgen und herzlich willkommen, hier ist Jérôme Eckmaier, euer Rock'n'Roll Veganer aus Friesland. Ja, da viele von euch nicht bei Facebook sind und trotzdem vielleicht irgendwelche Dinge wissen wollen, die rund um die vegane Ernährung handeln oder sich drehen, dafür habe ich jetzt hier ein Konto eingerichtet bei ask.fm und dann Schrägstrich bzw. Slash und dann Vegankoch. Und ja, hatte schon hier einige, wie ihr seht, Fragen, 17 Stück, ich habe sie eine Stunde online, habe 17 Fragen bekommen, ich beantworte euch die kurz und knapp und setze vielleicht ein paar interessante Links mit rein. Ja, und es würde mich freuen, halt, wenn ihr was wissen wollt, was ums vegane Kochen oder um andere Sachen geht, seid kreativ. Allerdings muss ich vorweg was sagen, also Rezepte aus meinem zweiten Kochbuch, welches jetzt im September erscheinen wird, darf ich leider nicht verraten. Dafür habe ich ja meinen Foodblog, jeromeegmaier.blogspot.de und da findet ihr halt immer neue Rezepte, die ich vorstelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, freue mich auf eure kreativen Fragen. Bis dann, euer Jerome. 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 Vielen Dank.